Willkommen, Dino-Freunde! Wir sind hier so ziemlich in der Mitte von der Insel, so weiter im Norden eigentlich eher, an diesem Vulkanberg. Und da ist mir ein Agentavis aufgefallen, der irgendwo da unten jetzt da rumschleicht. Da überlege ich gerade, ob ich mir den vielleicht zähmen sollte. Da ist er wieder. Ja, das ist er. Genau, mit diesen hellorangenen Flügelspitzen. Ich hatte den schon mal besser im Blick und habe gesehen, das ist ein Level 90er. Ich verstehe mich ja auf zähmen ohne irgendeinen Käfig. Das habe ich schon oft genug gemacht im alten Ark. Da wäre ich zu überlegen, den sich jetzt mal zu holen. Das Problem hier ist, dass da unten auch jede Menge gefährliches Gettier noch rumtigert. Das ist da nicht so begeisternd eigentlich. Jetzt ist er da gelandet. Ich werde jetzt mal schauen. Ich werde mal gucken. Der ist jetzt da gelandet. Irgendwo zwischen den Steinen. Weiter da unten habe ich mal nicht den gesehen. Da müsste er irgendwo stecken. Na, da werde ich jetzt mal probieren, den zu zähmen. Ich möchte das mit uns rein. Ich denke, woher sitzt der? Ach Mist, du sollst mir nicht folgen. Irgendwo hier steckt der. Da ist er. Da ist er. Ich muss mal gucken, dass ich den blocken kann. Dass ich den treffen kann. Das ist natürlich eine scheiß Gegend hier. Flach wäre besser. Wo ist er jetzt? Da drüben. Was war er denn noch gerade hier? Da ist er. Ja, ich müsste ihn mal treffen. Dann treffe ich den nicht. Da ist er. Da ist er. Okay. Da ist er. Da ist er. Das war knapp. So, gleich her. Und Fleisch rein. Vernommenheit, okay. 720er Ausdauer, 90er Level. War das jetzt? 5000 Nahrung, 480 Gewicht, kann er tragen. Wollen wir mal schauen. So, ich wollte noch mal gucken. Der hat jetzt noch keine Zähnung. Ich bin auch ziemlich krank geworden. Ich müsste auch was essen. Ich hatte nur nichts dabei. Ich habe natürlich dummerweise mein Essen vergessen. Da muss ich mir mal rohes Fleisch antun. Da muss ich mir mal rohes Fleisch antun. Wie viele Äpfel? Ich habe mich über die Äpfel aufgenommen. Wie viele Äpfel sind. es spätisch? Ich habe sie noch nie! Setz dich. So. Fleisch knacken. Hat der was gefressen? Jawohl. Effektivität 99,9% plus 44 Level. Hm. Hört sich nicht schlecht an. Ja. Ich verhung. Ich will schnell was zu essen. Das hatte ich ganz vergessen, als ich losgeflogen bin. Dass ich mir vielleicht auch ein bisschen Wegzehrung mitnehme. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Allerdings habe ich einen Loot Drop gefunden und hatte da ein Feuer machen können. So. Gewicht. Wo gebe ich denn den Level drauf? Hm. Handwerkliches Geschick könnte ich vielleicht mal auch gebrauchen. Er schläft noch. Er schläft noch. 15 rohes Fleisch soll schon reichen. Noch mehr essen. Ja. Das könnte ich eigentlich auch noch braten. Die Nahrung ist wieder voll. Alles klar. Wasser geht noch. Das Torpor von dem, die Benommenheit in Deutsch die nimmt so ganz gut ab. Bei der Nahrung wenn die runter geht wenn die so um 500 runter geht dann frisst der immer. Also das kann schon ganz schön lange dauern jetzt bis der gezähnt ist. Ja. Ich werde das dann schneiden das Video denke ich mir. Das mache ich dann etwas kürzer. Das ist immer eine kritische Sache also da kann man auch schnell dabei sterben wenn man so Agentar wie es auf die Art zähmt. Allerdings man kann den unterlaufen das war mir jetzt in dem blöden Gelände hier natürlich jetzt auch nicht so möglich weil das hier so ein blödes Gelände ist aber es hat noch funktioniert. Ich habe mich wenigstens da hinter dem Baum da an dem Baum verstecken und so dass er mich nicht richtig getroffen hat als hätte er mich herumgebracht. Aber man kann wenn der auf einen zufliegt ihn beschießen und dann unter ihm drunter durchlaufen und dann kann er einen oft nicht treffen. Und dann kann man den so auf diese Art und Weise auch zähmen. Und dass man hier großartig anfängt mit irgendwelchen Käfigen bauen oder so. dann ist das natürlich auch eine schöne Sache immer wenn man dann die großen Dinos von einem Berg herunter betäuben kann wenn man die an den Berg locken kann und da muss man nämlich auch keine Käfige oder so ein Kram bauen kann sie schön auf den Bergkursen eigentlich erreichen können und von oben runter schön mit Betäubungsfeilen beschießen. Wenn sie dann betäubt ist runterfliegen und natürlich braucht man dafür immer einen Vogel um das zu tun und dann runterfliegen und anschließend dann füttern. Das ist jedenfalls viel wert wenn man einen Agentaris hat der kann nämlich auch gut die anderen Tiere tragen da hat er die Kraft dafür und auch die Gewichtshöhe dass er so viel Gewicht tragen kann da kann man sich schön so einen viereckigen Käfig bauen aus Stein am besten und dann krallt man sich irgendwo in der freien Wildbahn mit dem Agentaris dann ein kleineres Tier oder ein Löwen Berglöwen Säbelzahntiger Dödikorus Raptor was auch immer wirft die dann in den Käfig rein und dann kann man die gemütlich in diesem Käfig den man sich irgendwo in der Nähe von der Basis gebaut hat kann man die dann betäuben und kann die da schön zähmen das ist dann mit einem Agentaris auch eine ganz tolle Sache da kann man immer praktisch alle Tiere kleinere die tragbar sind die kann man dann ins Heim schleppen in die Nähe von der Basum schleppen und da eben dann gemütlich zähmen das ist auch eine schicke Sache jetzt müsste er eigentlich mal bald durch sein der gelbe Kreis ist fast geschlossen er hat noch jedem eine Betäubung jetzt müsste er eigentlich gleich mal aufwachen gezähmt aufwachen das hat jetzt schon mal gut eine halbe Stunde gedauert also nicht eine halbe Ingame Stunde sondern eine echte Zeitstunde was kriegt er nochmal dazu 44 Level da ist er auf Runde 34 da ist er da ist er hier ist doch ein ganz hübscher Kerl so schwarz-weiß mit beigen Federn wobei die Farbe sich ja mit dem Licht ändert ja jetzt fliegen wir erstmal nach Hause und verpassen dir einen Sattel das machen wir jetzt also los das hat jetzt doch sehr lang gedauert das Zähmen mal locker eine halbe Stunde würde ich sagen hat das gedauert den Haussflug schneide ich dann raus sobald es langweilig ist außer es passiert was außergewöhnliches ja wieder zurück zu Hause also wir haben einen schicken Agi mit Level 134 jetzt jo und wir wollen dem ja einen Sattel verpassen Agentavis Sattel da brauche ich 150 Schettin 185 Fasern 350 Leder 350 Leder boah das sind erstmal 309 Fasern hätte ich jetzt genug hm das habe ich hier noch ein Schettin das habe ich jetzt verbraucht gehabt ne ne besser im Stößel 38 und 65 das reicht nicht hm das habe ich hier noch hat er noch was hast du hier noch was du hast doch noch Leder du hast ein bisschen Leder noch ja das reicht aber immer noch nicht hm was tun wir denn da lass mal was trinken hier habe ich ja noch nirgends was rein die schränke die sind noch leer hier habe ich kein leder das müsste ich auch noch rausnehmen bevor ich das wieder vergesse jetzt habe ich einen airdrop gefunden zeiger entgrammert jetzt sieht man da sieht man den fortschritt das ist unglaublich langsam hier mit dem teil röscherfleisch 7 filet gerade mal 4 hier das heißt ich brauche noch eine ganze menge schätin und leder wir müssen und dass man checken dass die mir nicht folgen okay ich Oh Gott! was liegt denn da oben jetzt ist weg was war denn das eben für ein vogel ach das ist eine quetzal so ich brauch Trilobiten ich brauche Trilobiten das ist ein Fisch, kein Trilobit in den vorherigen folgen habe ich hier ständig welche gesehen jetzt kommt keine da, da ist eine Keratin darf es ja auch sein da ab da 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 Das war's. kann die freilich nehmen wir mit rüber fährt ja genau dann werden die freilung oder beim zerlegen die neue lede lede braucht ich ja auch der war ja auch nötig für den sattel kann ja auch keratin genommen werden schittin oder keratin war doch so oder noch mal gucken nicht dass der nur schittin will schittin oder keratin moment ich habe mir jetzt phase lede reicht jetzt aus gar nicht bauen kann nicht bauen abloser nichts mehr du hast noch ein bisschen fleisch du kriegst jetzt ein schicken sattel und dann kann ich dir auch ein paar levels geben sechs stück haben wir schon so leider lässt sich die geschwindigkeit das verstehe ich jetzt nicht ich habe das in den einstellungen und das doch gemacht noch mal checken erweitert war das flyer carry alles auf erweitert oder war das game rules world hat allow flyer speed leveling is speed leveling is enabled is speed leveling is enabled also das is enabled das ist enabled Speed Leveling is enabled Allow Speed Leveling on Für den Spieler funktioniert es Also das ist Das ist alles soweit Also das ist alles aktiviert Habe ich überprüft Komplett Das ist alles aktiviert und trotzdem kann man hier den Speed nicht leveln Das muss doch eindeutig ein Fehler sein Sonst wäre die Option ja nicht drin Der Agent Tavis hat übrigens eine Werkbank eingebaut Das kann man hier dann auch bauen Wir haben eine eingebaute Werkbank Was gebe ich dem jetzt? Auf jeden Fall mehr Gewicht Und noch mehr Ausdauer Der hat eine Ausdauer von 720 Vor der Zähmung Der kriegt jetzt erstmal Speed kann ich ja eh nicht leveln Dann kriegt er erstmal schön fette Ausdauer drauf Oh jetzt haben wir einen Agent Tavis Yeah Mal schauen wie weit er fliegt Und zwar mit hoher Geschwindigkeit Bevor diese Stamina Die Ausdauer runter geht Mein Terra Der hat das ja hier nicht an einem Stück so richtig geschafft Bis zu diesem Berg mit den ganzen Kristallen Wir werden den dann noch ein bisschen aufleveln müssen Und jetzt Okay So 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 Wie ging das denn eigentlich mit dem Nehmen? Ein Schwiede, der was kratten will. Ach, das ging mir die rechten Maustaste. Okay. 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 Dann mische ich mich doch gleich mal an. Dann mische ich mich doch mal an. Dann mische ich mich doch mal an. So, was haben wir denn inzwischen schon alles so gesammelt? Hm, guck mal da. Hier Pfeil. Und er hat 5 Level drauf. Wir gehen hier wieder auf Ausdauer. Wir gehen hier auf Gewicht. Oh, das baue ich. Das brauche ich zum Bärenzüchten. Weil da muss ich Dünge herstellen. Das brauche ich zum Bärenzüchten. So, ich muss mal schauen, ob im Agentavis jetzt das Metall immer noch leichter ist als normal. Der hatte nämlich damals einen Bonus. Dann guck dir das an. Metall ohne Ende. So, dann wollen wir das mal schauen. In mir wiegt hier, ich mach mal einen Abteil. In mir habe ich das Metallgewicht 1.0. Und hier ist es 0,5. Ah ja, das gilt immer noch. Ja, also das ist nur halb so schwer im Agentavis. Steine. 11,5. 23,0. Auch Steine sind leichter. 23,0 liegen die bei mir. Und hier liegen sie nur noch 11,5. Hier war noch ein Kristall. Wo war denn das? Hier war das. Mit dem Hacken ist das nicht so optimal. Das ist nur noch nicht so. Jetzt kann man ihn weg. Doesnatmen. Das muss man hier? Das muss man hiertuig sein. Das muss man hier runter. Das muss man hier. Da ist unser Land nicht so schwer. Das war's für heute. Das war's für heute. Noch ein Kristall finde ich nicht mehr. Ja. Ja. Das Kristall wiegt hier 18,5 und hier 37,0. Aber das ist auch nur halb so schwer. Gute Haufen brauche ich. Ja. 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 Ich habe hier viel Leer, aber bis ich zu Hause bin, wird das wahrscheinlich kaputt sein. Der Obelisk ist viel u-deutlicher als im Altenarg, da war der deutlicher auf die Entfernung. Der Obelisk ist viel u-deutlicher als im Altenarg. Der Obelisk ist viel u-deutlicher als im Altenarg. Der Obelisk ist viel u-deutlicher als im Altenarg. Wo bist du meine Lederquelle? Oder auch nicht. Er haut ab. das ist ja nicht verkehrt ich habe aber schon ein Mr.Trike ja, ich musste einen Mrs.Trike einen weiblichen habe ich erst also ich habe es nicht verkehrt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das dient erstens dem Hochleveln. Das dient erstens dem Hochleveln und zweitens dient das einer Lederquelle. Ja. Ein bisschen mehr Nachkampfschaden kriegt er auch drauf. Na, was bist du weiblich 90? Oh, das wäre was zum Zähmen. Ich habe einen Männchen. Dann könnte ich auch einen Weibchen noch gebrauchen. Dann suche ich mir mal einen irgendwie netten Stein, wo der nicht draufkommt. Das wäre hier so eine. Nur habe ich das Problem, dass ich hier nicht abspringen kann. So passt das. So, den Agi, da muss ich auf Passiv stellen. Oder auf Neutral. Jetzt greifen wir uns die Armbrust und die passenden Pfeile. Oh, 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 oh. Die Betäubungszeile. Dann machen wir den mal schninkisch. Dann machen wir den mal schninkisch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich kann nicht den ja noch betäuben, bevor mein Agentaris den umdringt. Weil dann geht er nicht mehr dran. Jo, das hat noch hingehauen. Das hat noch geklappt. Uh, grad noch so. Hm, ich habe keine Mayo-Beeren. Ausgerechnet natürlich. Hier die falschen Beeren dabei. Ausgerechnete Neo-Beeren, das ist ja wieder typisch. Jetzt hat der mein Agi noch angegriffen, obwohl der auf neutralem stand, hat er den irgendwie berührt. Und da wurde der Agi natürlich böse und hat den auch angegriffen. Zum Glück habe ich den noch rechtzeitig betäugt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier ein paar Meio-Beeren reinlegen und die Markbär. Mal gucken, ob ich noch ein paar mehr finde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. eine Zähmung, 28 Löffel dazu weil er halt auch verletzt ist, leide noch ein paar Meo-Beeren rein, das sollte okay sein das sollte passen schnarsch, und er schnarscht vor sich hin Schöne Agenturist, gefällt mir schnarsch, fält mich hochk so die Kotbrocken da mal reinlegen und noch Stroh, Roh dazu, du hast jetzt schon mehr 150, du kriegst doch schon wieder zwei dazu. Ausdauer brauchst du auch, und Geschwindigkeit brauchst du auch. Das sieht aus wie Kunststoff, der Angelisk. So, du kriegst noch ein paar Meobären dazu. So, 90, 28, das sind da 118, weiblich. So, was du schon mal dran? das ist ja auch ein weibchen triceratops tatsächlich das ist auch ein mädel ich dachte das wäre ein männlicher stehe noch keinen namen gegeben miso strike level 95 ach ja die hatte ich mit 50 gezähmt genau da kann ich dann auch die werte mal vergleichen vielleicht schlachte ich den ja mal gucken könnte die dann schlachten und die andere hat ja von haus aus ein höherem level ich muss den dann die werte mal vergleichen ja hier wächst nichts hier wächst nichts ohne dünger wächst auch nichts die reingelegten samen die sind verdorben die sind weg das muss auch geändert werden das bringt nichts das muss auch geändert werden ans Фertungsfair ich habe das kristall reingelegt, ja wo habe ich das kristall legen wir da mal herüber legen wir mal in die werkbank, weil das braucht man dann in die werkbank um was zu bauen also ich habe nur zehn kristall, ach ne der rest ist im arke kardis, ja stimmt das kann rüber und das auch noch, oder ne das keratin das kommt hier hin das kommt in großer Stößel genauso wie das zeug, und das da und die beeren, genau die können wir gleich verbrauchen bevor die verderben oder bevor das fleisch verderbt können wir gleich hier wieder herstellen so wie können wir noch mal das öl reinpacken, die zwei jetzt haben wir hier es geht sowas von lahm ähm jetzt hatten wir gerade mal 8 und 3 von diesen na jetzt hatten wir gerade mal 8 und 3 von diesen flessenden sachen so jetzt hier das kann man da reinlegen, das auch können wir mal ein bisschen fleisch braten wieder weil darum, genau, essen das ist schon wieder nötig was zu essen und was, ich habe schon wieder drei punkte ich mache da mal bei der gesundheit weiter, zwei stück und ein auf die resistenz ja, das ist ja nur ein level 95 strike na denn wir haben einen Argentavis hallo unten ist Chicken Argentavis auch noch dazu jetzt habe ich auf einem anderen Berg, auf dem Rückweg, einige Argentavis und noch gesehen, einige weitere ein Dreieck, das ist bald soweit, naja, das dauert noch was leider nicht geht, wie bei der S plus, dass wir einfach vom A die Sachen rüber holen kann, in den Schrank das wäre natürlich noch schön weil der S plus ist das noch dabei bei der S plus ist das noch dabei so, Argentavis, kriegst schon wieder den Punkt was machen wir da, Gewicht ich bin leider zu schwer leider zu schwer ja wo sieht es aus 300 kann ich tragen 482 431 jetzt so kann ich mich noch gerade überwegen gerade so so oder können wir da was reinlegen ja das lede hier kann das Metall rein hier kann das rein und hier auch Karotin Basin, Ledemetal, Pelzer oder Wolle okay das das schickt soweit die da die da, die da und das da das kann ich essen das kann ich essen jede Menge Fleisch jede Menge Fleisch das kann ich mal hier unterbringen oh der ist voll der ist voll jetzt der wird schon ein bisschen braten also ich brauche noch ich brauche noch Holz der ist fertig der ist fertig gar kein Holz mehr drin ne ähm 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 probieren 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 so einmal so probieren 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 und und hier das gleiche Spiel das Fleisch da rein und die und dann kann das putzeln 47 47 Narkosemittel wieviel Betäubungspfeile habe ich inzwischen 20 und Pfeile habe ich 47 so dann mache ich nochmal wieder Narkosepfeile alle dann könnte ich auch noch ein paar andere Pfeile herstellen für die brauche ich Fasern und Holz ne Fasern, Stroh, Feuerstein und Holz Holz Feuerstein Fasern Fasern Stroh so viel Fasern, Stroh und Feuerstein Fasern, Stroh und Feuerstein Fasern, Stroh und Feuerstein kein Holz Fasern 10 10 mehr nicht so ich habe 43 Betäubungspfeile und 34 normaler Pfeile ja mir fehlt Stroh x 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 118er level, naja sieht schon aus und durch aus den muss ich mitnehmen, hast du zufällig auch einen hinterlassen? nee jetzt aber was brauche ich für ups was brauche ich unbedingt für dünge er ist doch ganz flott hinter mir hier jetzt habe ich nur das problem, wie kriege ich den jetzt hier zu meiner Basis sehe ich es gerade ich müsste den schwimmen lassen der hat mich vorher nicht gefressen auf das kurze stück das kurze stück die ecke herum das war richtig so ist die sind die ist sie hat die in da Da ist ja immer noch was drin. Fällt mir gerade ein. Kann ich das tragen? 300? Das ist zu viel. Okay, dann nehmen wir erstmal nur das. Nur das Metall. Meine Klamotten, die sehen auch nicht mehr so toll aus. Die könnte ich dann auch mal reparieren. So, das darüber. Das müsste doch jetzt reichen. Für Dinge. Sollte es. So, ihr zwei. Was mache ich jetzt mit euch? Hm. Du kriegst einen Punkt drauf. Das war dann wieder mal ein erfolgreicher Tag. Ja, ein Agent Havis gezähmt. Sehr schön. Und dann noch ein Teig gezähmt. Wunderbar. Dann sag ich an der Stelle mal Danke fürs Zuschauen. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss. Dann sage ich an die